Hallo zusammen, ich bin Tobias von Mittwald und ich erkläre euch heute, wie ihr für eure Domain die SSL-Weiterleitung erzwingen könnt. In der SSL-Verwaltung seht ihr all eure Zertifikate. Ihr könnt nun auf das gewünschte Zertifikat heraufklicken und seht dort den Button HTTPS erzwingen. Wir bekommen nun eine Liste der Domains, für die wir die Weiterleitung erzwingen und bekommen hier auch noch einen Warnhinweis, den wir bestätigen müssen. Denn ihr müsst beachten, dass nicht nur die Weiterleitung gemacht werden muss, sondern dass ihr auch gegebenenfalls Verlinkungen, Bilder und so weiter einfach in eurem CMS anpassen müsst, bevor ihr diese Weiterleitung aktiviert. Habt ihr das gemacht, könnt ihr dementsprechend den Hinweis akzeptieren und hier auf Weiterleitung einrichten klicken. Ihr bekommt dann hier oben den Hinweis, dass ihr erfolgreich auf HTTPS weitergeleitet wurdet. Das Ganze dauert jetzt ein, zwei Minütchen und dann ist eure Domain, wenn wir die hier aufrufen zum Beispiel, komplett über SSL erreichbar. Wir können das Ganze auch über die Domainverwaltung machen, indem wir hier auf Bearbeiten gehen, erst natürlich unsere Domain anhaken, dann auf Bearbeiten gehen und dann können wir auch hier die HTTPS Weiterleitung erzwingen bzw. auch wieder deaktivieren. Mit einem Klick auf die Infobox und auf Speichern könnten wir das Ganze wieder deaktivieren. Das Ganze ist jedoch auch über die SSL-Verwaltung problemlos möglich. Das Ganze ist jedoch auch über die Infobox und auf 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 die Infobox.